Hallo und herzlich willkommen Philippinenfreunde und zwar heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema, die Beziehung zwischen einer Philippiner und ich möchte mal sagen eines Vorhörners oder eines Deutschen. Normalerweise sind das so Themen, die so ein bisschen peinlich finde ich sind, über die wir auch gar nicht so gerne berichten, aber wir wollen das heute mal zum Anlass nehmen. Wir gehen ins zehnte Jahr mittlerweile unserer Ehe, bedeutet wir haben eine Menge Erfahrung, aber auch mit anderen Paaren und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber berichten, weil ich glaube wir haben sehr, sehr viel zu berichten, was wir schon mal so mitbekommen haben. Die einen oder anderen werden es wissen, wir sind Hochzeitsplaner und wir sind übrigens hier in einem ganz besonderen Ort und zwar Lantau View. Man sieht es hier, atemberaubender View, aber wir gehen jetzt mal an einen etwas stilleren Ort, wo wir euch noch ein bisschen mehr erzählen können. Ja, es schaukelt hier ein bisschen, weil wir in so einem Reifen drin sind. Angematte? Nein, das ist keine Matte, das sind dann... Ja, so eine Schaukel würde ich sagen. Ja. Sehr romantisch auf jeden Fall, auch ein bisschen beengt, aber wir haben es gerade angedeutet, nach so langer Zeit macht einen das nichts aus, es sei denn man hat sich auseinandergelebt und was wir immer sehr, sehr häufig hören, sind die Faktoren, warum kann es in so einer Ehe kriseln und zwar hauptsächlich immer wegen Geld, haben wir mitbekommen, weil ein Ehepartner untreu ist. Das sind natürlich auch so klassische Gründe. Und häufig, wenn wir zum Beispiel auch immer noch heute Paare begleiten, man muss sich natürlich die Frage stellen, ist das mit dem Altersunterschied zum Beispiel wirklich immer so, wie es von den meisten Philippinas gesagt wird, age doesn't matter, also das Alter spielt keine Rolle oder würdest du sagen, das ist nur so dahergesagt? Also stimmt das wirklich oder? Also sagen wir mal so, mal so, gibt es auch schon mal vielleicht Liebe und gibt es auch einfach schon mal, dass ich glaube andere oder jeder Mensch in Europa oder überall weiß man, dass Philippinen ein armes Land ist und natürlich, ich gebe auch Philippiner, dass man auch schon von armes Land oder von arm auch schon mal ein besseres Leben auch schon mal haben oder genießen und deswegen sucht man auch schon mal so ein alter Mann auch, wo sie oder er heiraten können und auch schon mal natürlich in der reichen Europa auch schon mal wohnen oder leben. Ja. Ja. Das kommt dann vor. Ja. Die suchen sich dann gezielt alte Männer, meinst du? Ja. Gibt es auch Frauen, oder? Mhm. Ja. Ach so, du meinst junge Filipinos, die sich eine alte Frau nehmen. Gibt das auch in Europa oder in Amerika, Asien, überall, also. Mhm. Okay. Das heißt, das Geld kann manchmal eine Rolle spielen. Ja. Gibt es denn Anzeichen, wie man das auch, ja ich sag mal, prüfen kann, dass das wahre Liebe ist oder ja, woran stellt man das fest? Da würde ich jetzt sagen, dass man natürlich immer schauen sollte, wie oft wird gerade zum Anfang der Beziehung Geld überwiesen, dass man seinen Partner unterstützt. Finde ich aber trotzdem normal. Ja. Sollte auch so sein. Mhm. Und ja, werde ich ganz häufig gefragt von deutscher Seite, kann ich nur sagen, dass ja die große Frage kommt, ist das zu viel Stefan, was ich da monatlich überweise? Und dann muss man sich immer die Frage stellen, wenn das im Verhältnis so ist, wer soll damit auskommen? Wie viele Personen? Hängt nur die Frau damit dran oder vielleicht die ganze Familie? Ja. Oder ist es manchmal besser auch Gegenstände irgendwie beizusteuern oder das wirklich sich auch dokumentieren zu lassen, für was das Geld dann wirklich verwendet worden ist, wenn man nur nach Geld gefragt wird, aber man hat noch nicht das Vertrauen, um zu sagen, okay, ja, dass man sich sicher sein kann, dass das Geld nur für die richtigen Zwecke verwendet wird. Da muss man natürlich sich sicher sein. Aber wie gesagt, auch hier ist die Zeit, glaube ich, der größte Faktor, um festzustellen, ob das Ganze auch wirklich ernsthaft ist oder nicht. Ja, warum suchen sich Europäer, asiatische, jetzt speziell philippinische Frauen, weil das jetzt hier sehr stark deutsch-philippinisch ist, in unseren Themen? Was würdest du sagen, warum suchen sich deutsche Männer philippinische Frauen? Also, einer ist schon mal, weil, ähm, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch spricht, aber, ähm, wir nennen das in Deutsch, aber, filipinos kennen wir, gibt es eine, hospitability, hospitable, ähm, oder filipinos kommen einfach schon mal mehr, wenn wir auch zum Beispiel mit jemandem zusammen sind, ähm, wir machen immer viel, wir sorgen immer viel, wir machen einfach alles und auch schon mal so ein besseres Gefühl geben, so unser Partner, ja, und, ja, Filipiner sind auch süß, ja, eine Sache auch, ähm, und hübsch? Hübsch weiß ich nicht, weil ich bin auch nicht hübsch. Doch, du bist die hübschste Frauenheit. Du bist die hübschste Frauenheit. Sonst wäre ich nicht mit dir noch verheiratet nach so langer Zeit. Ah, vielleicht innen. Dankeschön. Innen und außen, das kann ich sagen. Ja. Also, natürlich, ähm, was kann, was kannst du denn auch sagen? Du bist auch mit mir verheiratet, du kennst mich auch schon mal lange, oder du kennst schon Filipinos lange. Was kannst du auch schon mal sagen? Ist auch schon mal, ich glaube, ist auch gut, wenn das auch von einem Deutschen rauskommt, was du auch von Filipinos auch schon mal denkst oder siehst. Ja, ähm, natürlich ist es ganz häufig so, dass, ähm, wenn der Europäer ins Ausland geht, vielleicht ist es auch, weil man denkt, okay, man hat hier den schnelleren Zugriff zu den Damen, um besser sie kennenzulernen. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass man, ja, ich sag mal, auch im Alter immer noch, sag ich mal, eine jüngere Frau finden kann. Ist wahrscheinlich für den einen oder anderen der Faktor. Wir sehen es ja selber an den Hochzeiten, die wir begleiten. Die meisten wissen es schon, wer es nicht weiß, wir sind Hochzeitsplaner. Ja, und da ist es natürlich ganz, ganz häufig so, dass wir die Paare auch von den biometrischen Daten dann auch irgendwo feststellen müssen, wie alt sind sie denn. Ja. Und häufig ist es natürlich, dass der männliche Part da doch ein wenig älter ist. Mhm. Mhm. Auch schon mal noch, ähm, dass wir auch noch ein paar Jahre dieser, ähm, Ehe, ähm, seit noch, äh, genießen, dass wir zusammen sind. Wir können Urlaub, äh, zusammen machen, weil ich glaube, wenn man ein Kind hat, natürlich ist es schön und gut, wir sind glücklich, aber, ähm, dass wir einfach schon mal auch, ähm, äh, zusammen etwas unternehmen, weil wenn man, wenn man ein Kind hat, dann du kannst nicht mehr alles machen. Da gibt's immer eine Grenze, weil du musst immer denken, ja, wir haben ein Kind, da können wir nicht mehr hingehen, das können wir nicht mehr machen. Ja, und das Kind steht über allem und wir sind nicht mehr die, die Wichtigsten an der Stelle und deswegen, ähm, genau, man hat gewisse Einschränkungen, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber man muss sagen, wenn man noch, wenn die ein oder anderen von euch noch kein Kind haben, dann sollte man die Zeit auch genießen. Ja. Wir haben auch viel unternommen, viel gereist und einfach auch spannende Dinge ausprobiert und irgendwann kommt dann der Punkt, vor allem wenn man dann lange verheiratet ist, man muss nicht acht Jahre warten, bis man dann erst auch einen, ähm, den Entschluss fasst, um ein Kind zu haben. Ja. Aber man kann das natürlich so machen, das darf jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Richtig. Richtig. Ansonsten wichtig ist natürlich Vertrauen. Ja, viel Vertrauen. Viel Vertrauen, sich gegenseitige Freiheiten auch mal zu geben, loslassen zu können und vor allem. Wenn etwas passiert, immer, ähm, gegenseitig vergeben, nennt man das? Vergeben, ne? Vergeben. Ja. Genau, Fehler gehören dazu. Genau, richtig. Man wird Höhen und Tiefen auch durchleben müssen, ist auch bei uns so. Mhm. Und wenn man aber auch durch die Tiefen gegangen ist, kann man nur sagen, macht einen das stärker. Mhm, richtig. Und dann ist man nur umso glücklicher auch nach so langer Zeit und deswegen, ähm, ja, ist das der Grund oder unser Geheimnis, das wir immer zusammengehalten haben, vor allem auch, dass wir wussten, was wir einander haben und dass wir, muss man sagen, auch nicht ohne einander können, ne? Ja. Ja, das war mal so ein kleiner Smalltalk hier von uns. Wir genießen jetzt hier noch ein bisschen, ich drehe gleich die Kamera um für euch, die eindrufsvolle Aussicht. Lasst es uns auch wissen in den Kommentaren, wie ist eure Beziehung? Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, was wir jetzt hier gerade alles gesagt haben und, ähm, ja, vergesst auch nicht ein Like da zu lassen, unseren Kanal zu abonnieren. Genau. Und vielleicht machen wir irgendwie nochmal demnächst so ein Video zusammen, ne? Alles klar. Super. Dann macht's gut. Ciao. Immer noch glücklich? Mhm. Nach so langer Zeit, mein Schatz. Oh Mann. Mach du mal die Kamera. Ja, mein Schatz, es ist schon mal so sonnig. Mhm. Ja. Die Sonne scheint. Okay. Dann. Ich mach schon mal den Winkel. Also wir sind hier mit meiner Familie, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und natürlich unser Kind, Celia. Wir machen eine kurze Tour hier in Usmenia. Ja. Weil es auch schon mal, also Familienzeit gehört dazu. Oh Mann. Ich bin auch zu Atem. Es ist einfach berghoch. Und, naja, mein Körper ist ein bisschen schwer und, ja. 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 So. Wenn man sieht, es ist wirklich sehr schön. Dieser Ort nennt man Lantai View. Hier, wir waren hier schon mal vor zwei Jahren. Und das hier, das ist so ein kleines Restaurant. Ich habe mich gerade mal renoviert und ich bin noch nicht fertig. Und kann man auch hier übernachten. Kann man sagen, es ist auch nicht luxurios. Aber es ist nur ein einfaches Zimmer. Aber wenn man einen schönen Blick auch schon mal hat, da sieht man schon mal. Überall. Und dann dieser Ort ist auch nicht schlecht. Euer Frau Welcome, Ja. gatherednekEm�� Bei Untertitelung des ZDF, 2020